Er gilt als einer der einflussreichsten Management-Vordenker der Welt, Prof. Dr. Gerd Hofstede. Mit seiner Forschung revolutionierte er das Verständnis kultureller Diversität in der Arbeitswelt und lieferte mit seinem Modell der Kulturdimensionen ein unverzichtbares Werkzeug in interkulturelle Trainings. Für diese Leistung erhält der 83-Jährige auf den Petersberger Trainertagen den Life Achievement Award. Manager-Seminare-Chefredakteurin Nicole Busmann traf ihn zum Interview. Eindrucksvoll und sogar auf Deutsch berichtet er von seiner Forschung. Wie kam es dazu, dass Sie sich so intensiv mit dem Thema Kultur beschäftigt haben? Ich war im internationalen Job beschäftigt. Ich habe auch so mit Menschen in verschiedenen Ländern zu tun gehabt und ich war immer interessiert, nicht nur in der technischen Seite, auch in der sozialen Seite, auch in der Psychologie der Leute. Und ich habe einfach gespürt, dass innerhalb derselben Großfirma Leute in verschiedenen Ländern sich verschieden benommen haben. In meiner Rolle als Psychologe war ich verantwortlich damals für die Abteilung Personalforschung von der IBM Europa. Und eigentlich war das nicht nur Europa, das war Europa und Afrika und Westasien. Und ich habe also in viele Länder gereist und wir haben da auch Forschung getrieben mit Fragebogen. Und ich habe das analysiert. Erstens nur ziemlich urwäschig, aber später hatte ich die Möglichkeit, einen Sabbatsurlaub zu nehmen. Und in dieser Zeit könnte ich tiefer darin gehen. Und als ich angefangen habe mit meiner Forschung, haben die Leute gesagt, was machen Sie jetzt? Das ist ganz interessant. Ich habe gesagt, ja, ja, das ist ganz interessant und das war alles. Und dann eben, wenn ein wichtiges Moment war, glaube ich, wenn die Japaner die Amerikaner übertroffen haben. Also das war in den Jahren 80 ungefähr. Und da hat man plötzlich gesehen, dass diese Leute, dass die Japaner einfach manche, auch viele Sachen besser machten als die Amerikaner. Und da musste man eine Erklärung haben. Das war also Kultur. Ja, was ist Kultur? Ja, da ist einer, der hat darüber geschrieben. Und das war eigentlich mein Buch, war das einzige, das wirklich auf Forschung beruhte. Ihr Werdegang selbst ist ja auch ziemlich ungewöhnlich. Sie sind Ingenieur und Sozialwissenschaftler, haben als Fabrikarbeiter und Manager gearbeitet, sind sowohl in der Industrie wie in der akademischen Welt zu Hause gewesen. Sie sind also so gesehen ein Paradebeispiel für das lebenslange Lernen. Was bedeutet Ihnen persönlich denn Weiterbildung? Es ist ganz wichtig, dass Weiterbildung auch von den Personen selbst gebraucht wird, dass sie das Gefühl haben, wir brauchen das. Man kann eigentlich nicht eine Person ausbilden, die nicht ausgebildet werden möchten. Ich habe auch in dem, als ich selbst in der Weiterbildung gearbeitet habe, haben wir mal auch analysiert, wie die Leute, die Teilnehmer, wie die Teilnehmer die Programme beurteilt haben. Und da war der wichtigste Einflussfaktor, ob die sich selbst ausgewählt hatten, hatten oder von der Firma geschickt war. In puncto interkulturelle Kompetenz, was würden Sie da sagen aus Ihrer Beobachtung heraus, aus den vergangenen Jahren? Sind Führungskräfte da schon hinreichend geschult oder müsste da in der Weiterbildung noch mehr gemacht werden? Ja, das hängt davon ab, wem man fragt natürlich. Wenn man die Leute, die in der Weiterbildung arbeiten, fragt, ob die Manager genügend geschult sind, werden die immer sagen Nein. Und es ist eigentlich ganz interessant über die Jahrzehnte, dass, obwohl es sehr viele Ausbildungen gekommen sind, dass die Aussprachen der Ausbildungsleute hier darüber immer ziemlich pessimistisch sind. Aber das hat, glaube ich, mehr mit dem eigenen Geschäft als mit der Wirklichkeit zu tun. Ein internationaler Manager soll immer wenigstens zwei Sprachen haben. Ich glaube nicht, dass ein Monolinguist, wenn das ein Wort ist, dass er interkulturell sensitiv sein kann. Man soll diese Erfahrung haben, dass man seine Gedanken in verschiedene Formen gießen soll. Und das lernt man nur mit einer anderen Sprache. Mehr von und mit Gerd Hofstede gibt es auf den Petersberger Trainertagen, die vom 30. bis 31. März auf dem Petersberg in Königswinter bei Bonn stattfinden. 13. März auf dem Patienten. 05. bugs wurde Information trafeder davon aus Tutaj hau Gustas Perspektive �